Meine sehr geehrten Damen und Herren, Anfang Dezember 1536 brach der schwer verschuldete Wittelsbacher Herzog Ott Heinrich von Pfalz-Neuburg von seiner Residenz Neuburg an der Donau zu einer langen Reise nach Osten auf. Die Reise ist gut dokumentiert, denn Ott Heinrich hatte einen Maler im Gefolge und dieser machte von jeder Reisestation eine sehr detailreiche Abbildung. Das Ziel war der Hof des polnischen Königs Sigismund I. in Krakau, wo er am 24. Dezember 1536 eintraf. Ott Heinrich war nicht etwa unterwegs, um eine Braut zu finden. Das Ziel der Reise war ein rein finanzielles. Es hatte aber sehr wohl etwas mit einer Eheverbindung zu tun. Er wollte nämlich die Auszahlung der seit 1475 versprochenen, aber nie bezahlten Mitgift seiner Großmutter Hedwig von Polen erreichen. Diese hatte in diesem Jahr in Landshut seinen Großvater mütterlicherseits, den bayerischen Herzog Georg den Reichen, geheiratet. Diese über mehrere Tage andauernde Hochzeitsfeier mit tausenden Gästen aus ganz Europa gilt bis heute als die berühmteste Fürstenhochzeit des Mittelalters und wird als Landshuterhochzeit, als großes Historienspektakel seit 1903 alle vier Jahre wieder aufgeführt. Hedwig, oder polnisch Jadwiga, war die Tochter des Königs von Polen und Großfürsten von Litauen, Kasimir Jagiello, und seiner Gemahlin Elisabeth von Habsburg, Tochter des römisch-deutschen Königs Albrechts II., ihr Bruder Vladislav war ab 1471 König von Böhmen. Die Hochzeit zwischen Georg und Hedwig war politisch von großer Bedeutung, denn in der Verbindung der beiden Geschlechter sah man ein starkes Bündnis gegen die Macht der Osmanen. Es war also eine politische Hochzeit. Mit Eheverbindungen wurden in der Geschichte schon seit jeher Bündnisse geschlossen und Friedensschlüsse begründet. Und dies sowohl auf der Ebene von Herrschaft und Staat als auch in der Wirtschaft. Durch eine wirtschaftlich günstige Hochzeit konnte ein landwirtschaftliches Anwesen wachsen, konnten Kaufmannsfamilien Handelskontakte in andere Länder aufbauen und dort an Einfluss gewinnen, konnten adelige Familien ihren Besitz und damit ihre Macht über Untertanen vergrößern, konnten Fürstenfamilien zu Königsdynastien aufsteigen, konnten ganze Staaten eine neue Ausrichtung bekommen. Schon im frühmittelalterlichen Frankenreich entstanden durch Eheverbindungen oft adelige Besitzkomplexe, die manchmal mehrere hundert Kilometer auseinanderladen und dennoch durch das neu entstandene Familiennetzwerk beherrschbar und nutzbar blieben. So entstand innerhalb des Frankenreiches eine von der Geschichtswissenschaft als fränkische Reichsaristokratie bezeichnete Adelsschicht, die nicht an die einzelnen Teilreiche gebunden war, sondern deren Familien ein Netzwerk an Heiratsverbindungen und Besitzungen besaßen, welches oft das ganze Reich erreichte. Sobald so ein Netzwerk aber einmal an die Grenzen des Reiches reichte, stellte sich die Frage, ob es nicht auch über die Grenzen des Reiches hinaus erweitert werden könne. Doch dafür gab es im Südwesten und im Osten des Frankenreiches auch große Hindernisse, nämlich die Religion. Betrachten wir dazu eine Karte des Frankenreiches. Sie zeigt, wie sich die Fläche dieses Reiches seit dem 5. Jahrhundert nach Christus bis in die Zeit Karls des Großen, also um 800, immer weiter vergrößert hat. Seit der muslimischen Okkupation der spanischen Halbinsel nach 711 nach Christus waren Heiratsverbindungen in diesem Raum für Christen eigentlich undenkbar und konnten nur durch Wechsel der Religion erreicht werden. Erst in der schrittweisen Rückeroberung, zuerst durch den einheimischen westgotischen Adel und später mit Hilfe von militärischen Kräften aus dem Frankenreich, wurde der nordspanische Raum überhaupt für Heiraten in christlichen Adelskreisen ein erreichbarer Raum. Genauso war es am östlichen und nördlichen Rand des Frankenreiches. Hier lebten zur Zeit Karls des Großen noch heidnische Völker, die noch nicht das Christentum angenommen hatten. Das waren einerseits Völker des germanischen Sprach- und Kulturkreises wie die Sachsen und weiter nördlich die Dänen, andererseits slavischsprachige Volksstämme wie die Arbutriten, Sorpen, Böhmer oder Mähre. Weiter im Südosten macht sich das aus den Steppen des Ostens kommende Reitervolk der Awaren seit dem 6. Jahrhundert als gefährlicher Nachbar immer mehr bemerkbar. Die ersten Kontakte zwischen dem christlichen Frankenreich und seinen zahlreichen Teilreichen wie etwa dem Herzogtum Bayern mit den im Osten ansässigen nichtchristlichen Völkern waren mit Krieg und Kampf verbunden. Ein gutes Beispiel dafür sind die Auseinandersetzungen der Bayuwaren, also der frühmittelalterlichen Bayern mit slavischen Herrschafts- und Gesellschaftsverbänden im Ostalpenraum, vor allem im Raum des heutigen Kärnten, in dem sich das slavische Fürstentum Karantanien entwickelt hatte. Die Konflikte reichten vom 6. Jahrhundert nach Christus bis ins 8. Jahrhundert und sie waren zu Beginn von gegenseitigen Angriffen und Okkupation vom Siedlungsraum geprägt und gingen später in ein Schutzbündnis über. Als der slavische Fürst Bohut von Karantanien im Jahr 743 die Bayern gegen die ihn bedrängenden Awaren zur Hilfe rief, war der Preis für die Hilfe die Annahme des Christentums. Dies betraf zunächst die Führungsschicht und dann auch die restliche Bevölkerung. Dies führte aber innerhalb der slavischen Bevölkerung zu mehreren Aufständen. Auch innerhalb des Herrschaftsgebietes der Herzöge von Bayern aus der Familie der Agilolfinger gab es im 8. Jahrhundert in mehreren Regionen slavische Bevölkerung, zu deren christlicher Missionierung Klöster und Kirchen gegründet wurden. Im Südtiroler Pustertal übergab Herzog Tassilu III. von Bayern im Jahr 769 dem Abt des Klosters Scharnitz namens Atto, also dem späteren Bischof Atto von Freising, hier einen Landstrich, auf dem er ein Benediktinerkloster zur Missionierung der benachbarten Slaven gründen sollte. Auch im heutigen Oberösterreich finden wir Spuren dieser Missionsbemühungen. Im Jahr 777 gründete Tassilu III. im Osten seines Herrtugtums das Kloster Kremsmünster. Hier, relativ nahe an der Ostgrenze seines Herrschaftsgebietes, gab es eine Mischbevölkerung von Bayouwaren und Slaven. Diese Slaven kamen schon bei der Gründung unter die Herrschaft des Klosters, obwohl sie noch nach eigenem Recht lebten. Es kam also zu einer Integration von Bevölkerungsgruppen, die eine slavische Sprache benutzten, in die bayerische Gesellschaft. Leider wissen wir nicht, wann dies auch zu Heiratsverbindungen zwischen diesen zwei Gruppen geführt hat. Und wann diese auch gesellschaftliche Eliten betraf, die es eindeutig auf beiden Seiten gegeben hat. Jedenfalls ist uns keine bayerisch-slawische Ehe im Herzogshaus der Agilolfinger bekannt. Ob der bayerische Hochadel im Osten solche Heiratsverbindungen zur Absicherung von Bündnissen einging, können wir Mangelsquellen in dieser Zeit noch nicht beurteilen. Betrachtet man in dieser Hinsicht den gesamten Kontaktraum des Frankenreiches, später dann des Ostfrankenreiches und des sich daraus entwickelten deutschen Königreichs mit den östlich benachbarten slavischen Herrschaftsbildungen, so kann man eine Konstante erkennen. Aus ersten kriegerischen Auseinandersetzungen erfolgte im Laufe der Zeit zumeist der Versuch der Annäherung und Verständigung, dann kam als nächste Phase die einer Integration in die westlich-christliche Kultur. War dieser Schritt gegangen, stammt auch dynastischen Heiratsverbindungen und daraus folgenden Netzwerkbildungen nichts mehr im Weg. Am Anfang dieser Entwicklung stehen erste Bündnisse mit slavischen Fürsten zur Zeit Karls des Großen und seiner Nachfolger, wie mit den Böhmen. Am Ende der Entwicklung, die über 200 Jahre dauert, steht dann die Integration der slavischsprachigen Völker in die Gemeinschaft des christlichen Abendlandes. Kaum etwas symbolisiert diesen langen und immer wieder konfliktreichen Prozess besser als das Titelbild des Evangelias des Kaisers Otto III. Diese mit Buchmalerei ausgestattete Handschrift der Evangelien entstand um das Jahr 1000 im Auftrag Kaiser Ottos III. oder seines Nachfolgers König Heinrich II. im Kloster Reichenau im Bodensee. Das erste Bild, das sogenannte Dedikations- oder Stifterbild, zeigt auf der rechten Seite den thronenden Kaiser. Neben ihm stehen links zwei Erzbischöfe, rechts zwei adelige Krieger. Auf der linken Seite huldigen die Figuren von Sklavinia, Germania, Gallia und Roma dem Kaiser. Das Bild zeigt einen Anspruch, nämlich die Herrschaft des Kaisers über mehrere Völker, nämlich über das der Slaven, der Germanen, also der Deutschen, der Gallia, also eigentlich der Franzosen und der Römer, also der Bewohner Italiens. Gleichzeitig zeigt es aber auch eine Realität, nämlich, dass tatsächlich bis in die Zeit Ottos III. Teile der slavischen Völker so eng an das Kaiserreich der Otonen gewachsen waren, dass sie als dazugehörig angesehen wurden. Diese Entwicklung der Kontakte und später der Integration verläuft parallel zu einer über Jahrhunderte dauernden Transformation der slavischsprachigen Großregion zwischen Ostsee und den Karpaten. Sie ist gekennzeichnet durch die Entstehung von Landesherrschaften slavischer Fürsten und später Könige und durch den mittelalterlichen Landesausbau und Landesentwicklung. In direkter Nachbarschaft des Frankenreiches und des sich daraus im Osten entwickelnden deutschen Königreiches sind dies vor allem Böhmen und Polen, zwei Länder, die sich im Verlauf der Zeit von Karl dem Großen bis in die Otonenzeit erst bilden. Dieser Landesausbau ist getragen durch die Anwerbung von Siedlern aus dem Westen und durch die Übernahme von Innovationen im Bereich von Landwirtschaft, Wirtschaft, Siedlungswesen und vor allem Recht. Konkret vollzieht sich der Landesausbau ganz lokal. Im Sachsenspiegel wird der Vorgang der Entstehung eines Ortes in einer kolorierten Zeichnung sehr anschaulich dargestellt. Links oben übergibt ein Fürst einem Lokator eine Urkunde über ein Lehen. Neben ihm wird ein Wald gerodet und es werden Häuser gebaut. Unten überreicht der Lokator vor einer Kirche sitzend Lehnsbriefe an neu angesiedelte Bauern, deren Gerichtsherr er gleichzeitig ist. Durch diese Anbindung an westliche Innovationen dringen die Schriftlichkeit, das Städtewesen und agrarische Innovationen in diesen Raum vor. Die Voraussetzung dafür war aber ganz klar, die Annahme des Christentums durch die Herrscher und ihnen Folgen des Adels und mit der Zeit des ganzen Volkes. Genauso können wir es in Böhmen feststellen. Während des Krieges Karls des Großen gegen die Awaren in den 790er Jahren kommt es zu ersten Kooperationen des Frankenreichs mit slavischen Stammesverbänden in Böhmen. Schon 805 und ein Jahr später überzog Karl zumindest das westliche Böhmen allerdings mit Krieg und machte es dem Frankenreich gegenüber tributpflichtig. Die noch nicht vereinten böhmischen Stämme mussten also eine fränkische Oberhoheit anerkennen. Dies ging immerhin so weit, dass im Jahr 815 bereits böhmische Anführer auf den Reichsversammlungen erschienen und dass 845 14 böhmische Fürsten in Regensburg vor dem König des Ostfrankenreiches Ludwig dem Deutschen erschienen und sich taufen ließen. Damit beginnt langsam der Weg des Christentums in die Region. Die Mission erfolgte zunächst vom Bistum Regensburg aus. Als Böhmen in den Einfluss des Mehrerreiches geriet, wirkten hier bereits byzantinische Missionare Kyrie und Medroth, die eine ersteslawische christliche Liturgie entwickelten. 973 wurde dann durch eine Übereinkunft zwischen Herzog Boleslaw II. von Böhmen, Kaiser Otto I. sowie dem Regensburger Bischof Wolfgang ein eigenes böhmisches Bistum Prag gegründet. Es entstand somit eine eigene an das Papsttum in Rom und nicht an Byzanz gebundene böhmische Landeskirche. Boleslaw II. betrieb in der Folge eine enge Bündnispolitik mit seinem bayerischen Nachbarn, Herzog Heinrich dem Zenker. Boleslaws Frau Emma stammte wohl aus dem Westen. Man vermutete eine burgundische, angelsächsische oder französische Herkunft. Sie war vermutlich königlicher Herkunft, wobei es keine gesicherten Quellen dafür gibt. Deutlich wird jedoch die schrittweise Annäherung Böhmens und der slawischen Dynastie der Bjemis Liden an das Christentum und den christlichen Westen. In der langfristigen Folge führen die Kontakte zu deutlichen Veränderungen in Böhmen. Es beginnt ein Landesausbau, es werden Städte gegründet und neue Siedler aus dem Westen angesiedelt. Und bald kommt es auch zu überregionalen Heiratsverbindungen, sowohl beim dynastischen Fürstentum wie auch beim Adel und den Bürgern der Städte. Eine ähnliche Entwicklung können wir am Beispiel Polens erkennen. Um 966 ließ sich der erste bekannte Herrscher im Raum des späteren Polen, Mietzko I., ein Fürst aus dem Geschlecht der Piasten, taufen. Wichtig für diese Entscheidung war offenbar seine Frau, die böhmische Prinzessin Dobra war, die selbst Christin war. Mietzko hatte vorher eine Politik der Annäherung an den römisch-deutschen Kaiser Otto I. gesucht und ein Bündnis mit dem böhmischen Herrscherhaus der Bjemis Liden geschlossen. Die Hochzeit mit Dobra war, der Tochter des böhmischen Herzogs Boleslav I., konnte vermutlich nur stattfinden, weil Mietzko und mit ihm sein wichtigstes Gefolge das Christentum annahm. In der Folge wurde 968 das erste Bistum Polens in Posen gegründet, das bis zum Jahr 1000 dem Erzbischof Magdeburg unterstellt blieb. Auch hier zeigt sich also die Integration und die Einbindung in den christlichen Westen sehr deutlich und auch hier gibt es die gleichen langfristigen Folgen in Wirtschaft und Gesellschaft. Neben dem slavischen Sprachraum betrifft die beschriebene Entwicklung aber auch die Ungarn oder wie sie sie selbst nannten, die Magiaren. Und hier liegt ein ganz besonderer Fall vor. Die Magiaren waren ein nomadisches Reitervolk, dessen Kern wohl ein finnisch-ugrischer Stamm war, der sich an der mittleren Volga gebildet hatte. Über die Ursprünge, Wanderungen und über ihre frühen Kriegszüge gibt es zahlreiche Theorien, auf die ich hier nicht eingehen will. Um 830 hielten sie sich in der Steppenzone am Schwarzen Meer auf und machten von dort aus kriegerisch-räuberische Streifzüge. Dabei kamen sie auch in die pannonische Tiefebene, in die sie nach der Überquerung der Karpaten zwischen 894 und 897 weiterzogen. Als Verbündete des Byzantinischen Reiches kämpften sie von hier aus gegen das erste bulgarische Reich unter Zar Simeon I. und fielen wenig später in die Po-Ebene in Norditalien ein und plünderten sie aus. Anschließend gingen sie auf Raubzüge in den heutigen Raum Nieder- und Oberösterreichs, der damals zum Herzogtum Bayern gehörte. Seither kam es immer wieder zu Einfällen der Magiaren und zu zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen. Das ganze christliche Europa schien vor ihnen nicht sicher. 907 zog eine bayerische Kriegerschar, darunter fast der ganze hohe Adel und auch hohe geistliche Würgenträger, unter Führung des Markgrafen Rüttpolt gegen die Ungarn. Bei Pressburg kam es zur Schlacht, die für die Bayern in einem verheerenden Blutbad endete. Mit dem Markgrafen Rüttpolt lagen die Leichen von Erzbischof Theotmar von Salzburg, also des höchsten geistlichen Würgenträgers Bayerns, die Bischöfe Udo von Freising und Zacharias von Brixen und zahlreiche Grafen und andere Adelige auf dem Schlachtfeld bei Pressburg. Von nun an zogen die Magiaren in weiten Zügen durch ganz Europa und plünderten ganze Landschaften aus, zündeten Klöster an und verbreiteten großen Schrecken. Für das Herzogtum Bayern ging für ein halbes Jahrhundert der Raum östlich der Enz, darunter auch das wertvolle Weinbaugebiet in der Wachauverlohe. Erst 955, also fast 50 Jahre später, kam es zum Wendepunkt und zum Ende des Schreckens. Die Ungarn waren in diesem Jahr wieder auf einen Raubzug nach Bayern gekommen und belagerten Augsburg. Bischof Ulrich von Augsburg konnte die Stadt aber gegen ihre Angriffe verteidigen. So kam es zur Belagerung und die Ungarn schlugen ihr Lager auf dem Lechfeld auf. Hier wurden sie unter Führung König Otto des Großen, von einem Heer, das aus Rittern des Königs sowie aus Heeresteilen, aus den Herzogtümern Bayern, Frankenschwaben und Böhmen bestand, vernichtend geschlagen. Das war der Endpunkt der Ungarn-Einfälle und der größte militärische Sieg König Otto des Großen über die ungarischen Reiter. Für die Ungarn hatte die dramatische Niederlage große Folgen. Sie verloren das Land zwischen der Enz und dem Rand der panonischen Ebene im heutigen Burgenland und es kam zu einer vollständigen Veränderung ihrer Lebensweise und der Gesellschaft. Die Reiterkrieger wurden sesshaft, der alte Kriegeradel stark entmachtet, die Politik auf Kooperation mit dem westlich benachbarten Reich ausgerichtet. Deutsche Kleriker kamen als Missionare ins Heidensche Land und deutsche Ritter hielten sich am ungarischen Hof auf. Besonders die bayerische Kirche war in der Mission engagiert, vor allem das Bistum Passau spielte hier eine bedeutende Rolle, doch auch der heilige Wolfgang, der Bischof von Regensburg, missionierte hier. Auch Gesa selbst ließ sich taufen und nach ihm offensichtlich ein Großteil des ungarischen Adels. Durch die katholische Taufe bekannte sich Gesa klar zur römisch-katholischen Kirche und zeigte damit seinen Wunsch nach einer Integration in die westliche christliche Welt, was den ebenfalls vorhandenen Interessen von Byzanz an einer Mission Ungarns einem Riegel vorschob. Bis heute trägt die Krone des ungarischen Königs den Namen Stefanskronen. Dies verweist auf Ungarns ersten König, nämlich Gesas Sog Vajk, der der Überlieferung nach schon in jungen Jahren von Bischof Adalbert von Prag mit dem Namen Stefan, ungarisch Istvan, getauft wurde. Die nach ihm benannte Stefanskrone ist heute ein Nationalheiligtum Ungarns, auch wenn sie wohl erst später entstanden ist. Vajks Taufname Stefan ist allerdings auch der Name des Patronsheiligen des Bistums Passau, das in Ungarn lange führend bei der frühen Mission war. Durch die Taufe Stefans war nun auch der Weg frei zu einer dynastischen Heiratsverbindung zwischen Ungarn und dem ostfränkisch-deutschen Reich, die die Westanbindung des Landes besiegeln sollte. Die Wahl fiel auf Gisela. Sie war die älteste Tochter des bayerischen Herzogs Heinrich des Zenkers und Schwester des späteren Kaisers Heinrich des Zweiten. Um 955 fand die Hochzeit zwischen dem ungarischen Prinzen und der gerade erst zehnjährigen bayerischen Prinzessin statt. Giselas Grab im Passauer Kloster Niedernburg ist bis heute Ziel von ungarischem Wahlfach. Die Verbindung zwischen Stefan und Gisela war der Anfang zahlreicher weiterer dynastischer Eheverbindungen zwischen Familien aus dem christlichen Europa und solchen aus Ungarn. Auch eine von Stefans Schwestern, Marie, wurde in den Westen verheiratet. Sie heiratete den Dogen von Venedig, Peter Orseolo, der später der zweite ungarische König wurde. Schon kurz nach der Mitte des 11. Jahrhunderts sucht dann erneut ein ungarischer König aus dem Haus der Arpaden, durch eine Hochzeit die Tradition von dynastischen Verbindungen zwischen Ungarn und dem Reich fortzusetzen. 1063 heiratet König Salomon von Ungarn nämlich Judith, die jüngste Tochter von Kaiser Heinrich III. aus dem Geschlecht der Salia. Blickt man auf die bisherigen Beispiele, so wird deutlich. Eheverbindungen von Dynasten dienten oft der Fundierung von Bündnissen. In unserem Kontext kann man sie auch als sichtbare Zeichen von Integrationswillen in das westliche Reichssystem deuten. Kommen wir nun zu Beispielen von Fürstenfamilien mit überregionalen und transnationalen familiären Netzwerken im deutschen und dem mitteleuropäischen Raum. Das erste Beispiel ist die bayerische Adelsfamilie der Wittelsbacher. Das Haus Wittelsbach stieg im 12. Jahrhundert in den Rang von Reichsfürsten auf. 1180 wurde Pfalzgraf Otto von Wittelsbach von Kaiser Friedrich Barbarossa als Herzog von Bayern eingesetzt. Sein Sohn, Herzog Ludwig I., heiratete im Jahr 1204 in Kehlheim die Witwe des Grafen Adalbert II. von Bogen, Prinzessin Ludmilla von Böhmen. Sie war die Tochter des aus der Dynastie der Bzenis Liden stammenden Königs Friedrich von Böhmen und dessen Gattin Elisabeth von Ungarn. Diese Ehe hatte aber eine Vorgeschichte mit einem heftigen böhmisch-bayerischen Konflikt. Ludmillas erster Gemahl, Graf Adalbert III. von Bogen, zettelte 1192 eine Fede mit dem bayerischen Herzog Ludwig I. und dem Grafen Rapotto II. von Kreiburg und Heinrich I. von Ortenburg an. Es ging um verschiedene Besitzansprüche über Lehm im ostbayerischen Raum und um die von Albert angeblich zu Unrecht beanspruchte Burg Grafschaft Regensburg. Albert von Bogen hatte als Verbündete seinen Schwiegervater Friedkönig Friedrich von Böhmen und die mächtigen Grafen von Andechs Meranien. Mit ihm kämpften sie gegen Herzog Ludwig und brachten ihn in große Schwierigkeiten, bis Kaiser Heinrich VI. den Konflikt zu Ungunsten der Bogener beendete und Graf Albert unter den Reichsbanden stellte. 1197 starb dieser auf dem Kreuzzug Kaiser Heinrichs VI. Für das noch junge Herzogshaus der Wittelsbacher bedeutete die Hochzeit mit der böhmischen Königstochter Ludmilla einen erheblichen Gewinn an Sozialprestige im europäischen Dynastienadel. Und obendrein brachte Ludmilla neben Besitzungen im bayerisch-böhmischen Grenzraum auch noch das weiß-blaue Rautenwappen mit in die Ehe, das bis heute das zentrale Wappen Bayerns ist. Mit seiner Ehe mit Ludmilla gewann Ludwig den Cousin seiner Gemahlin König Otto K. von Böhmen zum Verbündeten und konnte damit den sich ausbreitenden Badenbergern in Österreich die Stirn bieten. Mit Ludwig hatte Ludmilla einen Sohn Otto II., den späteren Herzog von Bayern und Pfalzgraben Bayer Rhein, der von 1206 bis 1253 lebte. 1231 wurde Herzog Ludwig auf der Donaubrücke von Kelheim ermordet. Der Täter wurde auf der Stelle erschlagen und man weiß bis heute nicht, wer es war und wer hinter dem Mordattentat stand. Nach dem Tod Ludwigs gründete Ludmilla 1232 in Landshut das Kloster Seligenthal als Grabliege der Bittelsbacher, wo sie von da an auch lebte und auch bestattet ist. Ludwig und Ludmillas gemeinsamer Sohn Herzog Otto II. von Bayern und seine Frau Agnes von der Pfalz hatten fünf Kinder. Otto und seine Kinder und Kinderskinder haben durch Eheverschließungen ein weiträumiges Familiennetzwerk gesponnen, das ich nun im Detail mit ihnen verfolgen möchte. Auf dieser Karte weist im Folgenden jeweils ein Pfeil in den Ort oder die Region, die der Heiratsverbindung zugewiesen werden kann. Otto selbst hatte ja die Tochter des Pfalzgrafen Bayer Rhein namens Agnes geheiratet. Betrachten wir dann die Generation der Kinder von Herzog Otto II. von Bayern. Ottos älteste Tochter Elisabeth, die von 1227 bis 1273 lebte, heiratete 1246 in Voburg an der Donau König Konrad IV. aus dem Hause der Staufer. Einen deutschen König auf einer Karte mit einem Pfeil zu lokalisieren, ist unmöglich. Daher zeigt der zweite Pfeil die Lage der Stammburg der Staufer, Hohenstaufen, bei Göppingen. Nach dem Tod König Konrads 1254 in Italien heiratete Elisabeth vier Jahre später in München Graf Meinhard II. von Görz und Tirol, der später auch Herzog von Kärnten wurde. Damit greifen die wittelsbachischen Heiratsverbindungen erstmals in den Ostalpenraum aus. Der älteste Sohn Herzog Ottos, Ludwig II., heiratete dagegen in den Westen. 1254 fand in Landshut seine Vermählung mit Maria von Brabant statt. Bereits zwei Jahre später ließ er Maria allerdings wegen angeblichem Ehebruchs hinrichten, weswegen er bis heute als Ludwig der Strenge bezeichnet wird. In zweiter Ehe heiratete er dann 1260 mit Anna von Glogau, eine Prinzessin aus der Familie der schlesischen Piasten. Anna war eine Urenkelin einer bayerischen Hochadeligen, nämlich der heiligen Hedwig von Andechs. Damit zeigt sich bei den schlesischen Piasten eine in dieser alten polnischen Dynastie schon seit vielen Generationen bestehende Tradition von Eheverbindungen in den deutschen Hochadel. Nach dem Tod Anna von Glogaus 1271 heiratete Ludwig der Strenge dann Mathilde, eine Tochter des gerade gewählten Königs Rudolf von Habsburg. Da die Habsburger damals noch nicht das Herzogtum Österreich inne hatten, zeigt der Pfeil nicht nach Osten, sondern zu ihrer Stammburg, der Habsburg im Aargau in der Schweiz. Der Bruder Ludwigs des Strengen, Herzog Heinrich XIII. von Bayern und der Pfalz, war der Begründer der niederbayerischen Hauslinie der Bittelsbacher. Durch seine Heirat mit Prinzessin Elisabeth von Ungarn kommt ein weiteres östliches Heiratsnetzwerk des Hauses Bayern hinzu und die bereits seit Stefan dem Heiligen bestehenden Kontakte Bayerns zum arpadischen Ungarn erreichen erstmals die Bittelsbacher. Heinrichs und Ludwigs jüngere Schwester Sophie wird hingegen in die Nachbarschaft verheiratet. 1258 findet in München ihre Hochzeit mit Graf Gebhard von Sulzbach und Hirschberg statt. Blicken wir noch auf die Heiratsverbindungen der Enkelgeneration Herzog Ottos II. von Bayern am Beispiel der Kinder von Herzog Heinrich XIII. Sein ältester Sohn, Otto III. von Bayern, ist in der Hinsicht auf die enge Bindung der östlichen Nachbarländer an das christliche Mitteleuropa besonders interessant. Nachdem seine erste Frau, die Königstochter Katharina von Habsburg, schon nach drei Jahren Ehe gestorben war und seine beiden Söhne schon kurz nach der Geburt ebenfalls starben, blieb er zunächst zwei Jahrzehnte lang unverheiratet. 1301 starb in Ungarn der letzte König aus der Dynastie der Arpaten. Noch im selben Jahr wurde Otto, der ja Sohn einer ungarischen Prinzessin war, dann die Stefanskrone angeboten. Otto lehnte diese zunächst wegen der problematischen innenpolitischen Lage Ungarns ab. 1305 nahm er das Angebot jedoch an. Inzwischen hatte der Habsburger König Albrecht I. seine Söhne mit den Herzogtümern Österreichs belehnt. Da Otto in Opposition zu König Albrecht stand, wurde ihm der Weg nach Ungarn durch Österreich versperrt. Otto verkleidete sich als Kaufmann und kam so inkognito am 11. November 1305 in Ofen, dem heutigen Budapest, an. Bei seiner Krönung nahm er einen neuen, ungarischen Namen an. Er wählte dafür den Namen seines Großvaters mütterlicherseits König Bela IV. von Ungarn aus. Übrigens war auch dieser Großvater Bela mit einer Bayerin verheiratet gewesen, nämlich mit Gertrud Gräfin von Andexmeranien, einer Schwester der heiligen Hedwig von Schlesien. Somit zeigt sich in Otto bzw. Bela V. von Ungarn eine schon seit Generationen bestehende Verbundenheit der bayerischen Dynasten zum ungarischen Königshaus. Ottos oder Belas ungarisches Königtum war nur von kurzer Dauer. Zu groß war der landesinterne Widerstand, besonders des Erzbischofs von Grahn, der als Primas von Ungarn den Franzosen Karl-Robert von Anjou als König bevorzugte. 1306 eroberte Karl von Anjou Ungarn. Otto wurde gefangen genommen und dankte ab. Da ihm der direkte Weg nach Bayern über Österreich versperrt war, floh er aus Ungarn nach Norden zu seinem schlesischen Vetter Heinrich III. von Glogau. Bei dem Aufenthalt in Glogau fand er auch eine neue Frau. Er verlobte sich mit Heinrichs Tochter Agnes von Glogau. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor. Die erstgeborene Tochter namens Agnes heiratete ein Mitglied des bayerischen Hochadels, nämlich Heinrich Graf von Ortenburg. Der zwei Jahre jüngere Sohn Heinrich heiratete dann eine Habsburgerin, nämlich Anna von Österreich. Wir können im Haus Wittelsbach also ein in drei Generationen gewachsenes, in alle Richtungen weisendes Familiennetzwerk feststellen, bei dem Hochzeitsverbindungen in die östlichen Nachbarreiche des Heiligen Römischen Reiches oft eine weichenstellende Rolle spielt. Verlassen wir nun Bayern und wenden den Blick nach Osten auf das Herrschergeschlecht der Herzöge und späteren Könige von Polen aus dem Haus der Piasten. Der erste in schriftlichen Quellen bezeugte Vertreter dieser Familie war Mietzko, der Erste, der vermutlich um 945 geboren wurde und bis 992 lebte. Er war ein slavischer Fürst, der in den westlichen Quellen als erster Herrscher im Gebiet des heutigen Polen genannt ist. Ab etwa 960 wird er als Herzog von Polen bezeichnet. In der um 967 entstandenen Sachsengeschichte des Widukind von Korwei wird berichtet, dass er um 963 zwei schwere militärische Niederlagen gegen ein slavisches Heer unter der Führung eines Angehörigen des sächsischen Herzogshauses erlitten hatte. Mietzkos Herrschaftsgebiet lag in dieser Zeit im späteren Großpolen, also im Gebiet um Gnese und Posen. Nach den schweren Niederlagen des Jahres 963 suchte Mietzko eine Annäherung an Kaiser Otto I. und zum böhmischen Herrscherhaus der Mietzko I. Um das polnisch-böhmische Bündnis zu festigen, wollte er auch die Tochter des böhmischen Herzogs Boleslaw I. heiraten, wie vorhin schon einmal erwähnt wurde. Da das böhmische Herzogshaus und damit Böhmen bereits christlich war, musste der noch heidnische Mietzko sich taufen lassen, bevor er Dobrawa oder auch Dubravka von Böhmen heiraten konnte. Mit Mietzkos Taufe beginnt auch die Misschristianisierung der Polen. Auch die Kinder aus der Ehe von Mietzko und Dobrawa und ihre Eheverbindungen dienten der Bündnis- und Absicherungspolitik. Der ältere Sohn und Nachfolger, Boleslaw I., der später der erste König von Polen war, heiratete um 984 eine Tochter des Markgrafen Riktag von Meissen, also eines Gefolgsmanns des römisch-deutschen König Otto II. Die jüngere Tochter, Svientos Lawa, wurde unter ihrem germanisierten Namen Sigrid. Die Ehefrau von König Sven Gabelbart von Schweden und Dänemann. König Sven war der Sohn des ersten christlich gewordenen dänischen Königs. Damit erkennen wir bereits ein nach Norden und Westen ausgreifendes Bündnis- und Heiratssystem. Herzog Mietzko I. heiratete nach dem Tod seiner Frau Dubravka im Jahr 977 noch wohl im gleichen oder darauf folgenden Jahr selbst die sächsische Adelige Oda von Haldensleben. Oda war die Tochter des Dietrich von Haldensleben. Dieser war einer der wichtigsten Parteigänger Kaiser Otto I. und er spielte eine führende Rolle im östlichen Grenzraum des Reiches als Markgraf der Nordmark, der späteren Mark Brandenburg. Nach Mietzko's Tod 992 wurde Oda allerdings von dessen Nachfolger, ihrem Stiefsohn Boleslaw I. Kroppri, zusammen mit ihren Kindern aus Polen vertrieben und kehrte in ihre sächsische Heimat zurück. Boleslaw I. Kroppri, zu Deutsch der Tapfere, war der zweite Herrscher Polens aus dem Haus der Piasten. Seine Ehe mit der Tochter des Markgrafen Riktar von Meißen wurde bereits erwähnt. Ein Ziel dieser Eheverbindung dürfte gewesen sein, den Einflussraum der Piastenherrscher nach Westen in den slawisch-sächsischen Grenzraum hinein zu stärken. Dies scheiterte aber, denn Mietzko's Vetter, Herzog Boleslaw II. von Böhmen, hatte hier ebenfalls Interessen und verbündete sich dazu mit seinem Territorialnachbarn Herzog Heinrich dem Zenkern von Bayern. 984 eroberten diese gar die Burg Meißen. Als also der piastische Plan, hier Einfluss zu bekommen, gescheitert war, löste Boleslaw Kroppri die Ehe mit der Tochter des Markgrafen von Meißen wieder auf. Stattdessen schmiedete er mit seiner nächsten Heirat schon die nächste große militärische Allianz und heiratete wohl schon ein Jahr später eine Fürstentochter aus der ungarischen Herrscherfamilie, der Akpaden. Damit wollte er das Königreich Böhmen einkreisen. Aber auch diese Rechnung ging nicht auf. Die Ungarn waren offenbar an größeren Kämpfen gegen die Böhmen nicht sehr interessiert und so wurde auch diese Ehe wieder aufgelöst. Also ging die Suche nach einer passenden Braut und gleichzeitig nach neuen Bündnissen im Westen in dem slawisch-sächsischen Kontaktraum weiter. Boleslaw des ersten Kroppris nächste Frau war Emnilda, die Tochter des einflussreichen sorgmischen Adeligen Dobomir. In der Folge kämpfte Boleslaw an Seite des römisch-deutschen Kaisers Otto III. gegen die heidnischen Notizen in der heutigen Lausitz und gewann Einfluss bei den Elbslaven. Damit drängte er nun selbst den böhmischen Einfluss in dieser Region deutlich zurück. In der nächsten Generation der Piasten erreichte diese Heiratspolitik mit westlichen Hochadelshäusern einen ganz besonderen Höhepunkt und dieser ist mit dem berühmten Akt von Gnesel verbunden. Boleslaw Kroppris, gleichnamiger Sohn und Nachfolger Boleslaw II. hatte die Gebeine des im Jahr 997 ermordeten Missionars Adalbert von Prag in die Bischofskirche von Gnesen überführen lassen. Dies zog zahlreiche Wallfahrten nach sich. Im Jahr 1000 kam auch Kaiser Otto III. als Pilger nach Gnesen. Dort kam es zum Akt von Gnesen, bei dem Otto Boleslaw II. möglicherweise zum König von Polen erhob. Auf alle Fälle erhielt Boleslaw jedoch einige Rechte, die einem König zustehen. Besonders wichtig war dabei, das Recht, Bischöfe einzusetzen. Damit war der Weg zur Entstehung einer eigenen polnischen Landeskirche geebnet. Für unser Thema ist aber noch wichtiger, im Gnesen wurde auch die Eheschließung zwischen Boleslaws Sohn Mietzko II. und Richetza, einer Nichte des selbstkinderlosen Kaisers, vereinbart. Eine Eheverbindung mit einer engen Verwandten des Kaisers war für das Geschlecht der Piasten eine enorme Prestigerhöhung, denn damit hatte das junge polnische Königtum Anschluss an die Tradition der älteren fränkischen Königreiche gefunden. Über ihre drei Kinder wurde Richetza zur Stammmutter von drei bedeutenden Dynastien im östlichen Europa. Der polnischen Piasten, der Rurikiden in der Kiewer Rus, aus der sich Russland entwickelte, und der Arpaden in Ungarn. Um 1130 kam es im Königreich Polen zu einer folgenreichen Aufteilung des Piastenstaates. Boleslaw III. hatte sein Reich unter seinen vier Söhnen aufgeteilt. Dadurch entstanden vier neue Linien der Piasten, die jeweils eigenständige Herzogtümer wurden. Auch diese Linien knüpften in den folgenden Jahrhunderten natürlich wieder weitreichende familiäre Netzwerke. Neben den Piasten gab es auch noch eine weitere Dynastie im nordostpolnischen Raum. Die Herzöge von Pommern aus dem Hause der Greifen. Und auch diese Familie hat ein beeindruckendes Mitteleuropa, weit überspannendes Familiennetzwerk geknüpft. Der erste Herzog von Pommern, der urkundlich belegt aus der Familie der Greifen stammte, war Vartislav I. Dieser Begründer des Adelhauses war auch der erste Förderer des Christentums in Pommern. Die Mission in Pommern durch Bischof Otto von Bamberg, den Heiligen Otto und Apostel in der Pommern, ist bis heute in Form einer berühmten Bilderfolge in der Bamberger Klosterkirche St. Michael überliefert. Vartislavs beide Eheschließungen zeigen eine überregionale Bündnispolitik und eine Westorientierung an, auch wenn die Herkunft der beiden Frauen quellenmäßig nicht sicher belegt sind. Sie sehen gerade den gemalten Stammbaum der Greifen, welchen der niederländische Hofmaler Comenius Cromini im Jahr 1598 geschaffen hat. Herzog Vartislav I. ist mit seinen beiden Ehefrauen dargestellt und diese halten ihre Familienwappen in Händen. Die erste Frau, Hainar, zeigt ein Schild mit einem weißen Ross auf rotem Grund. Dieses heraldische Motiv steht für das Volk der Sachsen und deren Herzogtum im Norden Deutschlands. Das alte, schon im frühen Mittelalter nachweisbare Hochadelsgeschlecht der Welfen hat dieses Sachsen-Ross 1361 in sein Wappen integriert. Als dieses Bild entstand, wollte der Maler also die Zugehörigkeit Heilars zum Haus der Welfen als Herzöge von Sachsen symbolisieren. Daneben steht die zweite Frau Vartislavs. Ida hält ein Schild mit drei gekrönten blauen Löwen auf goldenem Grund in Armen. Das Wappen der Könige von Dänemark. Sachsen und Dänemark, also westliche und östliche Nachbarn, waren dieser Darstellung und der greifischen Hausüberlieferung nach die ersten Verknüpfungen im Familiennetzwerk dieser Dynastie. Verfolgt man die Heiratsverbindungen dieses Herzoggeschlechts über 500 Jahre bis in das 16. Jahrhundert, ergibt sich dieses beeindruckende Netzwerk an weitläufigen Heiratsverbindungen. Dieses Netzwerk reicht von Litauen und Krakau im Osten bis nach Dänemark und England im Norden und bis an den Oberrhein nach Südwesten. Schon auf den ersten Blick fällt jedoch auf, dass die slawische Dynastie der Greifen bei ihren Heiratsverbindungen vor allem eine Strategie der Westorientierung verfolgte. Während die Heiraten im östlichen Fürstentum slawischen Ursprungs einen deutlich geringeren Anteil an den hier dargestellten Eheverbindungen vom 12. bis in das 16. Jahrhundert hatten. Mit welchen Dynastien und Fürstentümern haben die Greifen nun in diesen 6 Jahrhunderten Eheverbindungen eingegangen? Blicken wir zunächst nach Osten in die Fürstentümer slawischen Ursprungs. Vier Heiratsverbindungen wurden mit Angehörigen der Polen beherrschenden Dynastien der Piasten und der späteren Jagelonen geschlossen. Bei den weiteren von den Piasten beherrschten Fürstentümern wurden mit Masovien drei Eheverbindungen geschlossen, mit den in Schlesien gelegenen Teilherzogtümern Schlesien, Glogau, Lignitz und Brieg jeweils eine. Auch mit dem direkt östlich benachbarten und im 12. und 13. Jahrhundert bestehenden Herzogtum Pomerell gab es eine Heiratsverbindung. Wesentlich stärkere familiäre Verbindungen pflegten die Greifen mit ihren westlichen Nachbarn. Das Fürstentum Mecklenburg beherrschten seit dem 8. Jahrhundert die Obodriten, eine Dynastie ebenfalls slawischen Ursprungs. Mit dieser bis heute bestehenden uralten Adelsfamilie wurden in fünf Jahrhunderten zwölf Ehen geschlossen. Dazu kommen noch zwei mit den Teilfürstentümern Mecklenburg-Starrgat und Mecklenburg-Güstruf. Mit weiteren drei direkt in Brommern über Herrschaften verfügenden Familien gab es je eine Ehe. Mit der Herrschaft Gützko, mit dem nur im 14. und 15. Jahrhundert bestehenden Herzogtum Pomern-Stolp und mit dem zwar slawischen, aber unter dänischen Lehenshoheit stehenden Fürstentum Rügen. Zwei Heiraten zielten in den Raum des Baltikums. Herzog Kasimel IV. heiratete wohl nach 1365 eine Tochter des Großfürsten Olgiert von Litauen. Eine weitere Eheverbindung wurde im 16. Jahrhundert mit Herzog Friedrich Kettler von Kurland und Semgallen geschlossen. Nach Norden über die Ostsee ins dänische Königshaus heirateten insgesamt drei Angehörige des Greifenhauses. Kommen wir als nächstes zu dem Familiennetzwerk mit den westlich und südlich ansässigen Fürstentümern deutschen Ursprungs. Gehen wir dabei von Nordost nach Südwest vor. Vier Heiratsverbindungen sind zum ganz im Norden des Reiches gelegenen Herzogtum Holstein und dem Teilherzogtum Schleswig-Holstein-Sonderburg bezeugt. Fünf sind es zu den benachbarten innerhalb Mecklenburgs beheimateten Herren von Werle und vier zu den ebenfalls benachbarten Herren von Schwerin und Lindorf-Rupin. Mit der südlich am Prommern anschließenden Markgrafschaft Brandenburg sind zehn Verbindungen nachweisbar. Besonders viele, nämlich 14 mit der Dynastie der Welfen in ihren Herzogtümern Braunschweig-Lüneburg, Braunschweig-Wolfenbüttel und Braunschweig-Grubenhagen. Jeweils eine Heiratsverbindung wurde mit den in Mitteldeutschland ansässigen Grafen von Schaumburg, den Grafen von Barbie-Mühlingen und den Grafen von Mahnsfeld geschlossen. Mit den ebenfalls hier herrschenden Fürstenfamilien von Anhalt und Anhalbszerbst jeweils eine. Insgesamt sechs Ehen schlossen die Greifen mit Angehörigen der bethinischen Fürstentümer. Zwei davon mit dem Kurfürstentum Sachsen, vier mit den Herzögen von Sachsen-Lauenburg. In den Süden des Reiches zielten im Vergleich zum kommend benachbarten Norden natürlich deutlich weniger Eheverbindungen. Dies sind hier eine Verbindung zu den Burggrafen von Plauen, zum wittelsbachischen Herzogtum Pfalz Neumarkt und zum Kurfürstentum Pfalz. Zwei Ehen wurden mit Angehörigen der Burggrafen von Nürnberg aus der Familie der Zollern geschlossen. Mit dem Haus Habsburg kam es nur zu einer Ehe. Genauso sieht es mit Böhmen aus. Dafür ist diese eine Verbindung. Diese Verbindung eine ganz besonders hochrangige gewesen. Prinzessin Elisabeth von Pommern heiratete nämlich 1363 Kaiser Karl IV. und wurde mit ihm die Mutter einer englischen Königin und eines Kaisers. Elisabeths Neffe Erich von Pommern heiratete mit Philippa von England ebenfalls eine britische Prinzessin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich zum Schluss komme, will ich noch ein weiteres Beispiel für ein dynastisches Netzwerk vorstellen. Und damit kommen wir nun zurück in die Mitte des Reichs, nämlich nach Franken. Die Familie der Burggrafen von Nürnberg, aus dem Haus der Zollern oder auch Hohenzollern genannt, war nämlich beim Aufbau ihres Familiennetzwerkes in alle Richtungen sehr erfolgreich. Und die aus ihr hervorgehenden Machtgrafen und Kurfürsten von Brandenburg sind die Ahnen des preußischen Staates. Betrachten wir also, wie diese Familie, ausgehend von ihren fränkischen Ursprüngen auf der Burg in Nürnberg bis in die frühe Neuzeit, eine der bedeutendsten Fürstendynastien Europas geworden ist. Die nach ihrer Stammburg Zollern, in Schwaben benannte Adelsfamilie, war zunächst im Südwesten mächtig geworden. Der um 1139 geborene Graf Friedrich II. von Zollern heiratete nach Franken. Und zwar die Erbtochter des Burggrafen von Nürnberg, Sophia von Raps. Vermutlich 1191 übertrug Kaiser Heinrich VI. ihm das wichtige Amt des Burggrafen von Nürnberg. Nürnberg war damals ein wichtiges königliches Herrschaftszentrum in einer der Kernlandschaften des Südlichen Reiches. Von hier aus liefen zahlreiche Verbindungen in alle Richtungen. Hier bündelten sich Handelsverbindungen nach Venedig, ebenso wie an die Ostsee, nach Böhmen, Schlesien und weiter in den Osten. Die Nürnberger Burg war in der Salier- und Stauferzeit eine wichtige Königspfalz und der Burggraf war der königliche Stellvertreter vor Ort, der das königliche Gericht und das weit im Umkreis vorhandene Königsgut beherrschte. Das Amt des Burggrafen von Nürnberg war für die Zollern die Basis für ihren Aufstieg zu einer der führenden Fürstendynastien Deutschlands, das als Haus Hohenzollern 1871 die Kaiserkrone des Deutschen Reichs erhielt. Burggraf Friedrich Sohl Konrad I. gilt als Begründer der fränkischen Linie der Zollern. Mit seinen Kindern beginnt eine beeindruckende Reihe internationaler Eheverbindungen dieser Familie. Gleich sein ältestes Kind Justine heiratete einen schlesischen Fürsten aus dem Haus der Piasten, Herzog Nikolaus von Schlesien-Tropau. In den nächsten Generationen heirateten die Kinder der jeweiligen Burggrafen von Nürnberg, aber dann relativ lange nur in deutsche Hochradelsfamilien. Darunter sind die Herzöge von Sachsen, die Graben von Oettingen, Kastell, Henneberg-Schleusingen, Schaumburg, Nassau und Hohenlohe, die Landgraben von Hessen und Leuchtenberg, also alles hochrangige, aber eher benachbarte Familien. Schon etwas regional ausgreifend sind in dieser Phase Eheverbindungen in die Familien der Herzöge von Kärnten, von Bayern, Landshut und Österreich. Der 1358 geborenen Burggräfin Elisabeth gelang die bis dahin höchstrangige Eheverbindung. Sie heiratete 1374 in Amberg, den Wittelsbacher Kurfürsten Rupprecht III. von der Pfalz. Er wurde im Jahr 1400 als Nachfolger des abgesetzten König Wenzeltes, des Sohns Kaiser Karls IV. zum deutschen Königau. Elisabeths Bruder, Burggraf Johann III. von Nürnberg, heiratete mit Prinzessin Margarete von Luxemburg-Böhmen, eine Tochter Kaiser Karls IV. In den folgenden Generationen bis 1500 kommt es bei den Zollern zu Heiratsverbindungen mit dem Herzogtum Pommern und Pommernstettin, also dem bereits erwähnten Herzogshaus der Greifen, sowie den schlesischen Herzogtümern Lignitz und Münsterberg-Böls. 1535 heiratete der Zoller Kurfürst Joachim II. von Brandenburg in Krakau Hedwig Jagiellonika, die Tochter des polnischen Königs Sigismund I. Damit beginnt im 16. Jahrhundert eine deutlich verstärkte Heiratspolitik der Zollern mit den großen Dynastien des östlichen Nachbarraums. Folgende Dynastenhäuser waren darin zum Teil durch mehrere Eheverbindungen eingezogen. Die piastischen Herzogtümer Lignitz, Münsterberg, Brieg und Teschen in Schlesien, das Herzogtum Brandenburg-Küstrin, das Herzogtum Pommern, der Greifen und das polnische Königshaus der Jagiellonika. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Beispiele der Dynastien der Arpaden in Ungarn, der Wittelsbacher in Bayern, der Piasten in Polen, der Greifen in Pommern und der fränkischen Hohenzollern zeigen es deutlich. Heiratsverbindungen zwischen den Fürstenhäusern im Heiligen Römischen Reich und den östlich benachbarten Fürstentümern und Königreichen waren nicht die Ausnahme, sondern sie sind eine wichtige Konstante bei der Integration der östlichen Länder in die christlich fundierte europäische Kultur. Frühe Heiratsverbindungen trugen dazu entscheidend bei. Bereits im späten Mittelalter waren sie zur Regel geworden und blieben es bis in das 20. Jahrhundert. Erst der Nationalismus, das Ende der Monarchien, die zwei Weltkriege, die Shoah, Flucht und Vertreibung und der eiserne Vorhang haben diese wichtigen Ost-West-Verbindungen nahezu lahmgelegt. Aber heute im vereinten Europa werden wieder mehr und mehr Ehen zwischen Menschen aus Ländern in Ost-Mitteleuropa, Südosteuropa mit Menschen aus Deutschland geschlossen. Und dies natürlich nicht nur im Adel. Vielen Dank. Vielen Dank.